Ah, Zombie! So Oh, ich hab wieder dieses Superschwert Okay Was? Eine 16... Okay, hier passen... Ich keine Ahnung wie viel Milliarden Items drauf Und hier ist ein Item drin Ich würd interessieren, was für ein Item? Kette Ah, hier ist diese Kette und da hab ich ein Item drin Okay Die Frage ist Was für ein Item? Ich hab keine Ahnung Gut, dann komm ich mal wieder hoch Ich mach das mal so Da muss auf jeden Fall sehr viel drin sein Guck Oh, Bony Bacon Guck mal rein Bony Bacon MW System Ist ein G oder was steht da? Ja Bony Bacon Hat mir mal ein Stack rausgenommen Ja, kann ich essen Muss mal flitzen Pony Bacon Blitzen 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 Es gibt keinen Bonus, aber der macht halt Nam Nam Egal, Bacon was geht ab dass man da auch für schwert herausbekommen wir können sich das borne gott white stone charged irgendwie habe ich hat eine diskette gehabt ich muss mal weg lernen ein item drauf das ist wahrscheinlich was du eben bekommen hat ist schon bonnie bacon ein item drauf mit seiner riesen festplatte bonnie bacon aber wir haben umso mehr platz hallo mit rein schon drei ich drei von diesen super schwert dann habe ich jetzt schon okay das solar generat doch mal apex und great apex 9 können wir auch öffnen wieder hier so weg damit erst mal mit allen haben noch ganz viele basic packs zu öffnen eine few cell öffnen 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 das nur nicht nach oben kommen sonst kommen die ganzen items entgegen geflogen weil ich gerade die packs ganz schnell öffnen das hört sich an also wieder 20 bekommen oder was ich habe zwei stacks basic packs bekommen die eröffne ich gerade alle da waren einmal cookies mit drin guck ich ja guck ich krieg auch schon die ganze zeit habe ich über den schnell klicken gesehen das geräusch muss den leuten auf die eier gehen schon ein dark helm jo nimm wir mal hier zack jo komplett verzaubert fluffy unicorn sword dark helm dark boots das ist alles im mit haschmann ich kann auch fliegen oh nein hilfe wie viele items hast du gerade hier gehabt ich habe gesagt komm nicht nach oben hier liegt alles volle items nein er muss ja nach oben kommen fertilizer cookies cookies boah kuchen wie viel kuchen ja ne schuhe cans ich habe extra erstmal nur die packs geöffnet und du ja komm doch mal nach oben karl und eh alles in dem system leorio block genau zehn stacks oder so 1 2 3 4 5 6 14 stacks leorio blöcke aber eine million black stains glas brauchen wir ja ja das gerad nicht lauf mit den mit den ja was hat denn hier black sein war ich nicht ich will das mal nicht fertig haben soweit fuck das war das falsche was soll denn noch bambus das war hier noch und sugarcans ja haben wir diese schlucker irgendwo noch weißt du das so eingeben kannst da bin ich aber so schnell am klicken ein prozent aber nicht irgendwo ein teil stehen gehabt besten warum macht doch mal 0 detect ja manuell detect aber dann kann das mal gleich rein schmeißen dann gleich weitermachen dann brauche ich mal manuell detect machen ich glaube oben haben wir noch welche ja musst du ja eh im event haben ja ja aber ich kann das detecten das ding man kann nicht mit richten richter am chef sondern immer rein das ist ja spannend ich habe jetzt ein prozent geschafft ich auch das ist denn sugarcans für eine für eine ding internet meine kraft sugarcans die dann kommen also so so 338 und werde in der wird der chat befehl dafür ich gehe flasher dann mach doch also ähm nei macht doch da in shield mode rein da bin ich ja schon so dann kannst du doch unten die zahl eingeben ich hoho ich ne ich kleine kisten ob das sonst ist dort zu lange gibt es möglich hätte geben dass man da eine millionen von kriegt auf einmal ich will sagen dass das nervt hier geht es bei dir jetzt schnell da oben oder hat das falsch ich habe noch keine bocke davon zwischen die scheiße oder wie wir das jetzt machen dauert jetzt ein bisschen das ist jetzt wirklich so machen was das dauert das jetzt dauert und aber kurzen kappmann wenn er jetzt noch 99 prozent machen willst ja bis zur ewigkeit dabei ist was kriegt man dafür da gibt es nur packs und torcherinus für da gibt es nix mehr besonders für das ja und was egal ach das ist egal können lassen dann nimm dir lieber 100 legendary packs und macht die noch offen ganz ehrlich dann ist das kommen wir nehmen uns jeder 100 stück ok ich nehme jetzt einfach 100 stück so ein stack nimm dir auch ins deck dann machen wir das zum schlitt lust zum offen ewigkeiten für wofür habe sie die einen millionen da verlierst nimm dir 64 legendary packs du bist einer so das ist echt lange weile geht doch so aber generell wie soll man das so schaffen der ganzen zeit ja einfach einfach in seinem e system pumpen und machen und schon vorab kraft muss ja vorab wissen so was ist es ja möglich es gibt doch dieser gab es nicht diese eine welt wo man halt ja gut du hast ja genug cobblestone der cobblestone master zusammen und dem brennst du dann und die insects ja schwarze farbe ist halt black schocker kennt man genau so genau so wie ja genau wenn man weniger und das ist ja aber schocker kennst du auch schnell schocker kennt farm ja die 50 cookies der werden jetzt ewig gebraucht hätte man vielleicht eine riesen farbe machen müssen dann doch komm ich mal jetzt nimmt ja auch noch kommen nimm dir auch ein steck wächst noch hör auf damit hirrf nicht chachachachachachachachach enderpads sind bei 32 prozent 48 gehen ganz schnell richtig füßen in der pen sind fertig als nächstes kommen hinter mir in den köpfen das nicht die linie übertreten tausend stück das ist auch schon wieder sondern dann kriegst du dafür 56 das ist auch das ist auch schon wieder das ist auch schon wieder das ist auch schon wieder